Ne, nicht oben lang gehen, weil wenn, dann würde ich hier die Kiste aufmachen. Ne, Moment, ich brauche noch den Itemraum. Oh, nice. Daddy's love, Daddy's long legs. So, irgendwann der Kacke noch eine Münze. Ne, okay, dann muss ich jetzt wirklich, ähm... Wisst ihr, wenn ich wenigstens fliegen könnte, dann wäre das alles kein Problem. Vielleicht gibt mir ja der Bettler hier eine Bombe. Gucken wir mal, ob er gnädig ist zu uns. Ich glaube sie eher wohl nicht. Der Kompass, okay. Andere im Bettler auch noch testen. Da komme ich ja gar nicht ran. Oh, ich habe noch eine Möglichkeit. Opferraum. Der Opferraum. Dam, dam, dam. Ach ja. Keine Bomben mehr für den Geheimraum. Keine Bomben mehr, um hier den Bettler freizusprengen. Oh, es ist... Gut, dass ich den Bettler noch nicht freigesprengt hatte, ne? Wegen dem blauen Stein hier. Das ärgert mich nur so. Aber ja. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Bombe, wenn wir den Boss machen. Och, Loki. Hatten wir dich überhaupt schon mal? Aua. Squeezy. Und da war eine Bombe dabei. Da war eine Bombe dabei. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, spiele ich auf Risiko? Aber ich komme ja da gar nicht an die Kiste ran, glaube ich. Moment mal. Wenn ich hier aufsprengen, müsste ich doch sechs Stück bekommen, ne? Ja. Aber ich kriege dafür... Ich komme ja jetzt nicht mehr... Oh Gott. Ja, dum, dum, dum. Verspielt. Ich habe ja keinen Schlüssel mehr. Ich dachte, ich hätte noch einen Schlüssel für das Ding hier. Okay. Aber zumindest noch die paar Münzen mitgenommen. Weiter geht's. Ärgerlich. Und irgendwie habe ich so heute das Gefühl, dass ich ein bisschen laut bin. Also ich sehe das in der Audiospur. Keine Ahnung, warum. In Arcade. Wir gehen aber zuerst mal hier lang. Oder vielleicht rede ich heute nur so laut. Ich habe keine Ahnung. Oh, die war aggressiv, die Fliege. Das könnte der Joker sein. Oh nö. Oh nö. Ich bräuchte einen Schlüssel, bitte. Kein Schlüssel. Aber da gehe ich rein. Komm. Oh, trau mich doch nicht so spielen. Muss das denn sein? Muss das denn sein? Ich brauche eine Bombe und einen Schlüssel. Daddy, das war natürlich wieder richtig gut von dir. Und das war schlecht von mir. Oh ja. Ihr seid doch alle krank. So, komme ich auch nicht ran. Kiste. Bomben. Okay. Drei Stück. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal vielleicht das hier. Für den Schlüssel. Komm schon. Nee. Aber das Geld stört mich auch nicht. Denn wie gesagt, wir haben hier noch einen Arcade. So, und ich hoffe mal, dass das die richtige Richtung war. Ja, dankeschön. The Joker. Zack. Okay, die Papstmütze. Ist in Ordnung. So, wir gehen aber dennoch nochmal hier runter. So. Oh, da muss ich auf einem Herz sein. Okay, das können wir eventuell über den Arcade noch machen. Oh, jetzt kriege ich Schluck auf, oder wie? Ja, bitte nicht. Nicht in der Raufnahme. So, ich brauche jetzt ein absolutes OP-Damage-Item. Komm schon. Das heißt, es gibt jetzt ein bisschen Fliegen-Action. Okay. Dann weiter nach links. Ärgerlich, ärgerlich. Wollte eigentlich meine Seelenherzen noch so ein bisschen behalten. Dankeschön, Daddy. Okay, ich weiß, wo der Geheimraum ist, aber da verbirgt sich ein Boss drin. Ach du Scheiße. Zwei solche. So, vielleicht haben wir ja Glück und bekommen einen HP-Upgrade. Schlüssel. Das ist doch schon mal nice. Oh, nice. Nice. Ja, genau. Arcade, sei gnädig zu mir. Head down. Ne, Boys of Steel. Sehr schön. Wir müssen uns eh runterspenden, ne? Oh, und noch ein Seelenherz. Ich muss auf ein Herz runter. Ja, gib mir Schlüssel. So, nur ist gut. Also, wir kriegen jetzt noch das ein oder andere Herz. Warte mal, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte die Fliege da lassen, rausgehen und den Dings hier benutzen. So, health down. Papatee. Okay, das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Klar, ich könnte an den äußeren Automaten auch noch zocken, aber lieber hier eventuell noch, um das HP-Upgrade mit abzustauben. Wenn er mir denn überhaupt noch ein Herz geben sollte, das ist natürlich die andere Frage. Klar, wir hätten ja auch noch einen Shop, aber das ist mir so ein bisschen wichtiger. Da hätten wir doch eins. So. Nice. Aber, ich habe ein Problem, ich muss mir irgendwo, kann ich mir irgendwie einen Schaden, na super, kann ich mir irgendwie noch einen Schaden zufügen? Dass ich unten in den anderen Opferraum komme? Die Frage ist, wie? Finde ich hier noch einen Blutspendeautomaten? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt habe ich echt ein Problem. Ich hätte den, ich hätte den Raum zuerst machen sollen. Ich würde fast sagen, ich nehme mir die goldene Kiste noch mit. Ein Range-Upgrade. Aber ich komme, ich komme, ich komme da nicht rein, ne? Das ist mein Problem. Ein halbes Herz zu viel. Okay, dann soll es eben nicht so sein. Dann holen wir uns eben das HP-Upgrade. Und werden uns dann also langsam in Richtung Marm begeben. So. Wobei, ich könnte das eigentlich noch so machen. Zack. Ich mache das jetzt hier drin. Sloth. Sloth, sage ich schon. Read. Was soll der Geiz? Bring him the photo, wake up. Oh, scheiße, ich hätte in den Shop gekonnt, ne? Das ist ein High Priest, aber ich glaube, hiervon habe ich mehr. Der Tod. Gut. Ja, sehr schön. Judgment, der Battler. Komm mal mit, du mein Freund. Wo spawn ich dich denn am besten? Am besten hier. Komm schon. Oh, nee. 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 Das sind die Kugeln, die wieder zurückkommen. Das ist ja eklig. Wer will denn sowas haben? Der Hanged Man. Nützt mir gerade nichts. So, ich nehme mir... The High Priestess mit. Okay. Nö, den nehme ich mir nicht mit. Nö, ziehe ich nicht ein. Das macht mir den ganzen Run kaputt. Mit dem kann ich nicht. Judas versus Mom. Äh, wo bin ich gespawnt? Habt ihr das gesehen? Wollt ihr mich trollen, oder wie? Oh, geh sterben. Okay, wir müssen leider das Foto mitnehmen. Oh, ich würde so gerne den Cancer. Ich hätte mir die Mom's Purse mitnehmen sollen, ne? Könnte ich jetzt den Cancer auch noch mitnehmen. Aber ja, man kann leider nicht alles haben. Das ist das Problem. So, kurzer Cut. Ihr kennt das ja. Wow, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Aua. Der tat weh. Mach doch die Gegner da hinten fertig. Ja, genau in dem Moment portet das Ding sich. Alles klar. Äh, was warst du denn? Letzte Bombe verschwend, ne? I found Pils. Okay. Und das war natürlich der falsche Weg. Dann geht's nach oben. Auch nicht. Komm, mach den mal tot. Dankeschön. Oh, nice. Muss ich da jetzt wirklich unten lang? Ach, du Schande. Kommt, wir riskieren's. So, und ich hab sogar ne Bombe, um mich hier wieder rauszusprengen. Das heißt, ich kann hier ein bisschen was überspringen, wenn ich mich hier rausspringe. Nein. Ihr Kackfliegen. Ihr Kackfliegen. Jetzt darf ich noch zwei Herzen opfern, um hier rauszukommen. Wow. Oh, doppelte Lust. Ich kenn jetzt auch Lust auf ein Eis. Das, das war jetzt ärgerlich. Poison Touch. Braucht kein Mensch. Kommt. Da wär die Bombe gewesen. Uuuh. Kommt. Ich aktivier mal. Oh, Gott. Ich verliere hier schon wieder viel zu viele Herzen. Wirst du eigentlich auch mal irgendwas, Daddy? Ja, genau. Hint ihr den, den, wo ich angeschossen habe? So. Ich hab ne Vermutung, ich muss nach links. Nein. Lass das. Ach, das ist ja Utero XL. Ach, du Schande. Daddy? It's your turn. Dankeschön. Oh, Gott sei Dank. Na klar. Die könnte ich zwar mitnehmen, aber... ...muss nicht unbedingt sein. Nein. Bäh. Genau. Tun wir, tun wir ein bisschen hier, hier Herzhockey spielen. Aber das hätte nicht sein müssen, oh Mann. Ab, ab und zu nehme ich hier echt Schaden, wo ich mir denke, ne? Das muss doch irgendwo nicht sein. Uuuh. Fett ist, fett ist das Auge. Boah, zum Glück, jetzt dachte ich schon, ne? Das sind die, die mit Masken. Ne, 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 ne. So. Relic, gibst du mir noch eins? Ne. Oh, nö. Nicht Conquest. Brrrr. Bei dem muss ich zünden, leider. Auch wenn ich das gern bei Mom gemacht hätte. Aua. So. Nö, nö. Ich möchte, ich möchte, ich möchte das Pony nicht haben. Auch wenn ich gern fliegen würde, aber... Mh. Ach, falsche Richtung. Mist. Geh lang. It lives. Oh, ja. Aber... Hätte auch nicht sein müssen. Oh, ich hätte so gern mein Buch, ne? Daddy, hilf mir. So, komm, vergiften. Sehr schön. Oh, ja. Ich sehe Mom nicht mehr, aber... Sie schießt schon ihre Kugeln. Sehr nice. Boah, Soundpack. Aua. Komm Mom, stirb. Stirb Mom. Wow. Gott. Ab in die Caccedrie. Ich habe immer noch... Und ich habe Curse of Darkness, obwohl ich den Kompass habe. Ach. Warum muss mir das ja mal genau hier passieren, ne? In den Low-Ebenen ist es mir sowas von egal, ne? Aber doch nicht hier in der Kathedrale. Da ist, da ist hier... Curse of Darkness. Es ist wirklich der, der, der schrecklichste Fluch, den man haben kann. Hallo, Widow. Stirb einfach. Ein Seelenherz. Dankeschön. Oh, geh weg von mir. Nein. Mann. So. Wenn es geht von diesem Feuer, bitte nicht treffen lassen. Nee, das ist mir ein bisschen zu diskant hier auf der Kathedrale. Nicht mit meinem Herz, ne? Oh, Daddy. Passt noch ein bisschen auf. Oh, nee. Oh, nee. Hilfe. Brunsch of Steel. Ich habe Isaac gefunden, ne? Und genau hier kriege ich... Wow. Muss das denn sein? Und auch noch in so einem beschissenen Raum, wo ich ihn nicht anständig attackieren kann. Aber es war natürlich klar, dass die Sense von hinten noch kommt. Daddy. Mach ihn tot. Oh, oh, oh. Und hör jetzt auf, Sachen zu spawnen. Oh, ich habe mein Buch für Isaac. Rein da. Judas vs. Isaac. So, gucken wir mal, ob wir den wegboosten können hier. Auch wenn wir hier Schaden erleiden sollten, aber das ist eigentlich nur die erste Phase so extrem. Hier, fliegen, attackieren, attackieren. 4, 2, 1. No. Ach, schade. Wir hatten echt gute Sachen, ne? Aber hat Spaß gemacht. Und ich kann ja nicht immer eine Stunde lang zocken, na. Ihr wisst das ja selbst. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ihr guckt beim nächsten Mal auch wieder rein. Und ich bin raus. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.